einen wunderschönen guten morgen ihr lieben so eine kleine ankündigung ab montag dem jetzt muss ich mal kurz auf mein kalender gucken ab montag dem 21 11 22 wird es wieder regelmäßige streams geben montags mittwochs und freitags ab 9 uhr geplant ist immer minimum eine stunde was länger kommt wird zugabe und ja ich freue mich darauf euch zu sehen und dann bis am montag macht's gut